Die Sonne brennt und der Regen auf uns breit Auf den Feldern, die uns gehören, gedeihen unsere Träume wie goldenspähen Wir sind das vergessene Dorf, das Stadt und Heu Gemeinsam kämpfen wir Seite an Seite im Heu Mit hartem Arbeit und unserem Teamgeist bewahren unsere Tradition in dieser Zeit Für alle Zukunft, die wir selbst gestalten können Können mit Flug und Eke bearbeiten wir das Land In ein Klang mit der Natur, Hand in Hand Wir sind das vergessene Dorf, das Stadt und Treu Gemeinsam kämpfen wir Seite an Seite im Heu Mit hartem Arbeit und unserem Teamgeist bewahren unsere Tradition in dieser Zeit Gemeinsam kämpfen wir Seite an Seite im Heu Mit hartem Arbeit und unserem Teamgeist bewahren unsere Tradition in dieser Zeit So, fahrst du gleich mal hier lang Sport mit der rote Ampel Hier ist doch immer Bescheid, ne? Oh, wir sind hier los Oh, wir sind hier los Oh, Moin Ich habe das Leihgericht von der Forst mitgebracht Hat super geklappt Und was jetzt hier Die Die Zürichmitarbeiter hier Du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du, die haben noch zwei Kollegen mitgebracht Ne 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 ne, das sind die nicht ach so er hat mir damals mal erzählt er hätte da irgendwie sondern schwager der hat so eine firma aufgemacht keine ahnung das sind wohl irgendwie alles verwandte haben wohl viel ahnung von alter technik ich wollte einfach mal ausprobieren soll auf jeden fall über die ganzen fahrzeuge jetzt im winter mal drüber gucken da haben so gut was zu tun ja ich meine vier mann im moment aber die die traum ganz gut kaffee wirklich sagen also der eine auf jeden fall die sind alle vier nicht von schlechten eltern naja egal ob sie machen ihre arbeit ja bevor wir heute reden ich war jetzt noch diese versammlung da von den anderen landwirten ja es ist wohl so dass das nennt immer wieder den angehenden bürgermeister der will wohl lohnunternehmer hier reinbringen in das dorf und da hatten wir ja gestern die sitzung da die versammlung und wir haben halt gesagt wir sind da absolut gegen und sind dann endgültig zu dem entschluss gekommen dass wir uns gegenseitig besser unterstützen als wien lohner hier rein das ist auch richtig so das heißt also wenn im frühjahr die arbeit beginnt werden wir nicht nur für uns was zu tun haben sondern wie es auch alle die zeit war dass wir die anderen unterstützen genauso die anderen uns unterstützen dürfte kein personalmangel mehr da sein so ist es geschlossen worden wir warten mal ab mal gucken ob sich dann dieser bürgermeister da sich mal blicken lässt oder nicht jetzt einmal brauche ich da so kurzfristig abgesagt ja also wir beide das zu dem thema und wir beide sind heute allein war kreis an ich glaube dirk der ist ja immer noch krank geschrieben war ja an und die anderen schönen überstunden abbau okay was heißt wir zwei der war dass der moritz max moritz war das er fährt für uns immer noch der ist mit meinen zettel und gülle transport unterwegs der wird immer noch die gülle vor den kühlen hier rüber da hatte ich jetzt nicht mehr umschirmen keine ahnung die anderen sind alle zu hause urlaub krank wir zwei kämpfen also heute alleine mit dem bäumen ich habe gestern noch mit dem sägewerk telefoniert gestern abend noch die warten hände ring drauf also alles meter schütze definitiv ich meine jetzt haben wir natürlich den voll erntag klage natürlich ich hoffe die haben die haben den einweis gegeben auf das ding er haben so dass er mit der stücke schneiden ich verladen werden wir die morgen übermorgen dann irgendwie und sehr geweckt verbunden plan war ja vorstück 1 2 und 3 glaube ich oben die ränder ein bisschen breiter zu machen und bisschen mehr bewegungsfreiheit haben so würde ich sagen könntest du eigentlich mal muss gleich los komm hinterher und dann machen wir los ich hoffe mal die vier die wissen wir zu tun mit dem man dann mit dem ender gibt es da ist weil kreis sagen da kann auch kaputt reparieren wo man nicht auch wenn man schon wenn man betrifft spricht da kommt der alter moritz der kopf hat auf hof gefordert also die seele hat er haben sie ja schon vorgetankt oben bei der forst das ist ja jrk 700 ich hoffe nur dass die auch den preis halten ich war da mal eine grenze an weit grenze von der 1 wenn man die moral genommen ich hoffe dass nicht so macht sich wird da auf jeden fall kann der moritz wenn er mit der gülle fertig ist auch dem ist doch noch an ja das werde ich dann später noch sagen ja ich stelle mal hier ab an die seite ja wenn wir die 1 anfangen dann stellt ihr auf der zweiseite ja also ich habe mir gedacht hier sind am anfang hier zwei bäume das so ungefähr die breite weg nicht mehr ich steck noch kurz aus von wo du hast ja ja das war hier dann weiß ich nicht so geradeaus reingehen ja es ist schon zwei dann hier links und rechts das würde von der breite erreicht weil ich den hier noch ich wollte sagen vielleicht den jahren der ihr könnt ihr vielleicht noch und sonst die ganze reihe diese breite dass du die weg nimmst naja die sind ja da drin vielleicht am berg aber ich fand trotz auf der anderen seite an war also auf der 1 seite macht so wie du magst du magst wie du meinst besser ich lade nur auf dann kommt die lade das ist das ist das ist das ist das ist das ist egal Geht das so? Ja, boah. Ja, ja, das geht. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass wir hier natürlich auch für Wohl setzen. Na, mit dem muss ich ein bisschen rausziehen. Na, wenn er aber jetzt ein bisschen kaputt gefahren wird am Feld, dann ist es halt nicht zu schlimm. Ja, dann muss ich hier ... ja, ein bisschen ... Da scheint ein bisschen lang zu sein, die Krieg ist nicht ganz rausgezogen. Ja, alles wird gut. Ist aber auf die Glauben. Geht's aber raus. O, 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 O. O, 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 O. aber dieser voller der hat der macht es gut also oh ja das ist erst einmal das nervigste bei force arbeit könnte es halt nur noch passieren ich habe jetzt die ränder ja da bist du das nächste mal aufpassen dass du noch nach vorne Ah, hier vielleicht, das sollte noch passen. Ja, ich habe die Vereinbarung, dass wir in dem Land, dass wir Pussel wegnehmen können, und dürfen, dass wir nicht Platz haben, dann müssen wir weg. Wenn da jetzt mal ein Baum mehr weg ist, ist das jetzt noch drin gekommen, ist das der Rosen ist sehr nah am besten. Okay, den greift er nicht. Oh, Dauert hat einen greifen. Ich dachte, der war zu groß für ihn. Groß für das Monster, die ich versuche. Äh, wenn die ein bisschen zu breit sind, die Stämme. Ja gut, ich habe ja zum Glück. Okay, sorry, geht bitte. Okay, das ist ja gut. Okay, ich möchte noch mal in die nächste Zeit kommen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020